Oh! Wie Pitsch sieht das hier aus? Oh, es ist schön hier! Ihr möchtet es bleiben! Das ist so schön! Ich sag' ich jetzt mal nicht Bild-Face, ne? Waren wir hier nicht schon? Nee, das ist... Genau, das ist quasi eine Stufe weiter von den geilen Ruinen, bei denen wir waren. Wir haben zwei, vier, sechs Lanes. Was zur Hölle? Ernsthaft? Ich würde sagen, dass die Fernkämpfer sich oben rechts und oben links positionieren, weil die von halt, weil die nicht so, die können halt stehen bleiben. Es gibt echt viele Sachen, aber wir haben auch viel Kohle bekommen. Soll ich nach oben links gehen? Ich geh mal nach oben links, ne? Ich glaube... Sehr gut, ich kann hier schon meine Blitzfälle für beide Lanes aufbauen. Das ist ja gut. Auf der anderen Seite geht das genauso, glaube ich. Ich würde hier oben zum Beispiel Türme hin machen. Auf diese hochgelegten Stellen, die bei den zwei gleichzeitig nebeneinander drin sind. Ich weiß nicht, ob das, ob du da grad richtig bist. Doch, müsste eigentlich... Ich würde unten rechts gehen. Ja, hier oben zum Beispiel halt auch, dass er einmal komplett bis nach unten zielen kann. Wir klappen. Oh, wir haben ja massig Mana gekriegt. Ja. Wir haben auch viel mehr Verteidigungseinheiten für diesen Gram. Oh, ich glaube, wir sind hier einfach falsch. Ne, das passt schon. Ich packe einfach mal überall schon mal eine Falle hin. Die sind immer... Genau, die obligatorische Falle... Obligatoris... Falle to go. Bitte was? Ja. So sieht es auch aus. Eine Falle zu go. Kannst du hier vor deinen Blitzfalle legen? Kommt auch von der Falle... Von der Ancient Statue. Kommt hier auch nochmal ordentlich. Aber wenn man das sich mal so anschaut hier... Da unten die ganzen Lanes führen sich ja zusammen. Da... Vor dem Hauptchor. Also da wäre dann quasi letzte Möglichkeit zum Verteidigen, wenn wir da zu dritt... Also das ist natürlich die Frage... Will man das, ne? Ja, nee. Also will man die bis hier vorlassen und dann hier quasi... Das ist glaube ich zu... Da kommt dann zu viel Bums auch rein. Ja, vor allen Dingen, weil wir hier noch den Subchor haben. Das ist richtig. Ich weiß nicht, ob da zu viel kommt. Aber das ist ganz gut. Also ich kann hier auch schnell mal runterspringen, wenn hier irgendwie was los ist. Das passt schon. Ob da zu viel kommt, weiß ich nicht. Braucht... Will hier noch jemand, äh... Hier so eine Radikade irgendwo haben? Will hier noch nicht zeitlich kommen? Da ist überall... Überall... Habe ich überall was gesetzt? Ich glaube... Ja, ne? Äh... Die Radikaden sind hier gerade ganz wichtig, ne? Also vor allem hier oben bei den Doppellanes. Kannst du nochmal zu mir? Äh... Wo bist denn du? Hier. Da habe ich was hier gemacht. Um links. Um links. Aber da war ich doch eben gerade. Ja, genau. Ähm... Kannst du hier die Falle... Ja. Auf dich zeigen... Kannst du die nochmal in diesen durchgezogenen Kreis setzen? Damit die halt stärker ist? Ja. Kann ich machen. Weil ich krieg die noch nicht, äh... Ich kann mich noch nicht so schön setzen, ne? Meinst du, das hilft hier oben auch schon? Nicht so schön. Ja. Ist die... Doch, die ist... Doch, da sieht man das. Ähm... Ähm... Okay. Boah. Äh... Basti, wo gehst du hin eigentlich? Äh... Unten rechts. Gut, dann... Dann gehe ich hier nach oben rechts auch, oder was? Genau. Das reicht. Rahm, Rahm oben links, du oben rechts. Du hast die unten rechts und ich unten links. Nee, das ist doch Quatsch, was ich hier gemacht habe. Hehehehe. Hm. War ja klar. Ich kann noch eine schöne Map. Oh ja, ich auch. Zu mir bitte. Franz, du bist unten links, ne? War doch so jetzt... Genau, ich bräuchte tatsächlich... Dass der hier so runterschießt die ganze Zeit. Das wäre super. Möchtest du hier auch... Dann kommt der auch richtig weit. Mhm. Braucht noch jemand Mana? Ja, genau daneben. Oder so. Oh, cool. Den kann ich hier oben drauf hauen. Ja, mach das. Der schießt auch runter, wie mir gerade das Spiel behauptet. Braucht noch jemand Mana? Negativ! Zehn! 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 Zugriff! Zehn! 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 Wenn du mir Zehn gibst, dann kann ich dir noch einen Turm stellen. Achso, dann kannst du mir Zehn zurückgeben. Das bin nicht ich! Achso, Entschuldigung. Ist nicht so schlimm, Fred. Jetzt hab ich's. So, noch jemand einen Turm? Vielleicht zu Rahm oder Basti. Bei mir ist eigentlich erstmal... Ich will erstmal die Welle sehen. Ich hab bisher noch keinen Turm hier. Also ich würde gerne einen Turm dann auch nehmen, wenn du noch einen Turm hast. Hier haben wir einen Turm aus dem großen Turm da oben. Ich hätte mal aus dem hier auch so gemacht. Der hat eine ziemlich große Reichweite, ne? Meiner? Ne. Also wenn wir ihn upgraden... Aber ich kann ihn hier vorne hinstellen. Ich hätte ja ehrlich gesagt die Barrikaden hier vorne so ein bisschen nach hinten gestellt. Dass man denn hier oben hätte Turm hinschmeißen können. Ja, so. Ihr hört mir nicht zu, ne? Ne. Ich hab dir zugehört, aber das ist Basti's Barrikade. Ja, ich weiß. Bitte was? Wo? Ja, hier oben. In the... Western North. You know. Oh! Aber ist egal. Was? Ich würde die Barrikaden wirklich nicht immer so dicht daran stellen. Ich würde die Barrikaden wirklich weiter hinten machen. Als Sicherung und nicht als Haupt-Zerstörungsmittel. Hm. Naja, ich stell die deswegen immer daran, weil dann halt die Mobs schön in der Blitzfalle stehen. Ja, aber dass man in der Zeit dazwischen dann noch Platz für Fallen hat, zum Beispiel. Und vor allem diese Sicherungsmechanismen, die hier hinter eingerichtet sind. Dass die dann auch nicht nutzbar sind. Ja, also hier die Barrikade ist definitiv zu nah. Auch wenn die da in den Blitzfallen drin stehen können, die schießen hier aus dem Safe-Bereich raus. Das ist blöd. Ja, das ist nämlich blöd. Dann kommen die nämlich gar nicht mehr vor. Ja. Aber... Mir ist das nicht egal. Ich mach... Weil die werden dann auch zerbombt, weißt du? Das bringt doch nichts. So, bis noch hin, Junior. Dann stell die sicher irgendwo hin, wo sie safe sind. Oh. Hier so kurz vor den Chor, oder was? Ja. Mach schnell! Tu es! Geil! Die andere kriegst du nicht mehr weg. Geh auf Position! Alle auf Position! Position! Alles gut! Es ist alles entspannt hier, ey. Hier ist gar nichts los. Jetzt dreht mal ordentlich hier. Bei mir ist direkt mal ein Dino. Das ist ja schön. Bei mir kommt Dinos gar nichts. Ja, wir haben auch ein Dino. Kommt hier überhaupt nichts? Natürlich kommt hier was. Da kommt eine ganze Menge. Jetzt kommt was. Jetzt kommt was. Jetzt kommt was. Alles gut. Alles gut. Oha. Das war super seltsam. Oha. Das war interessant. Ich hatte eine schon. Jetzt kommen sie unten. Also sie kommen noch nicht zeitgleich oben und unten. Das ist ja auch mal praktisch. Wobei jetzt kommen sie schon. Boah, der Kanunturm haut ja richtig rein. Oh, Kavimms. Kavimmskinners. Kavimmshausen sind wir jetzt hier. Kann es sein, dass das total leicht ist gerade? Oder habt ihr Probleme? Nö. Die erste Welle, ne? Hier kommen schon einige, aber es geht. Also hier kommt echt eine ganze Menge eigentlich. Ich musste schon einmal Schaden nehmen. Und die Barrikade ist auch weg hier. Ah, Schaden nehmen. Ja, die Barrikade ist weg. Das ist immer schade, wenn Sachen sterben. Weil das immer teuer ist. Anders als bei Menschen. Die kosten eigentlich nichts. Ja, die kann man ja wieder recyceln. Ja. Die kommen so durch. Das ist blöd. Ne, Basti hat da eine andere Barrikade hingestellt. Ja, aber die alleine hilft ja auch nicht. Nö, aber ich bin auch da. Achso. Das wusste ich nicht. Das passt schon. Hier kommen sie echt ganz gut durch. Für die erste Welle ist das schon ordentlich. Ja, hier ist schon ordentlich was los. Auch hier oben. Lower Overs ist kaputt. Oder Attacked. Attacked. Nicht kaputt. Bitte nicht kaputt. Das geht schon. Das ist alles cool, ja. Trotzdem ist die Barrikade weg. Oh nein. Nichts Neues. Oh nein. Willst du mich verarschen? Oh Gott. Ah, fucking shit. Amikazebomber. Explode Stealing Massive Damage. Der sieht nicht happy aus über seine Rolle, muss ich sagen. Ja, wärst du das? Ja, weiß nicht. Also, wenn die Regierung das wollte, wär ich... Liebe Angela, wenn du möchtest, ich solle mich in einen Kamikazebomber setzen, dann schreib mir bitte eine E-Mail. Ich glaub nicht, dass Angela unsere Let's Plays schaut. Ja, auf jeden Fall. Oh klar. Hä, die hat mich neulich abonniert. Den ganzen Tag. Echt? Die macht doch sonst nichts. Herr da kiekste. Also, ich hab nicht das Gefühl, dass... Ich erbitte um eine weitere Barrikade. Weil die andere kaputt ist. Ja. Und wir müssen unsere Blitzschaden-Wasser-Symbiose hier auch nochmal erweitern. Definitiv... Dann stelle ich die jetzt hier oben hin, oder was? Äh, ja genau. Richtig. Hier so. Kann ich hier in der Mitte nämlich noch so ein Turm. Theoretisch. Barrikade war übrigens auch super gesetzt hier, weißt du, die du kurz vor Rundenbeginn gesetzt hast. Mach hier nochmal Fallen vor. Ich mach da nochmal ne Falle vor. What? Äh... Wer ist der Magier? Fred, ne? Ja. Magst du nochmal was hier hinsetzen? Who's the Mage? Hast du noch? Was denn? Wohin? Hier zu mir so. Hier so da so. Hier oben drauf. Hier oben drauf. Dafür fehlen mir drei Manner. Möchtest du was haben? Hier, bitteschön. Was hat der gelacht? No, what's the Mage? Was? Äh, genau. Das ist schön. Weil der kann auch beide gehen. Das ist schön. Okay. Was beömmelst du dich da jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Der hat glaube ich einen Schaden. Das ist aber normal. Das ist ein alter Sketch. Oder? Das ist ein Sketch, Basti. Ja, das ist ein Sketch. Ich enthalte mich mit meiner Stimme. Bist du der Sketchman? Ein Sketchman. Jetzt musst du Sketche erzählen. Da, da, da. Da, da, da. Oder auch nicht. Ich glaube der Basti ist ein ganz knackiger. Was kommt da aber nie wieder? Hab ich einen Boss? Nicht rund, was? Die Internetverbindung ist schon wieder schlecht. Tschüss. Ja. Ja. Er stirbt die Internetverbindung geschlägt. Das lag aber tatsächlich daran. Das kann man hier in Bildern beweisen. Naja. Wie hast du den Knotenturm da oben draufgestellt? Also Fred hat tatsächlich die, die krass, äh, Hose. Ja cool, oder? Der schießt runter. Das ist total abgefahren. Ich mach halt auch selber glaube ich am wenigsten Schaden, hab ich den Eindruck. Ich mach echt wenig Schaden. Willst du dann nicht lieber mit Rahm die Lane wechseln? Ne, meine wird ja auch nicht. Also es ist ja auch nicht, hier ist ja auch extrem viel gewesen. Ja, das stimmt schon. Man kann halt, man kann halt theoretisch eine Sache deutlich stärker verteidigen als die andere. Wir kriegen das schon hin. In Bastelkrams. Oh, bei mir kommen die, die Flugviecher. Flugviecher, ich glaub. Aber die sollte ich hinkriegen mit meinen, in meinen Cheat-Kräften. Cheat-Kräfte? Ist doch noch gar nicht Winter. Kuh, 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 Kuh. Kuh, 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 Kuh. Kuh, 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 Kuh. Kuh, 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 Kuh. Ja, schneller. Oh, verschwinde. Was bist du? Oh, wait. Diese Ancient Statues ist ja mal nur brutal, ey. Mach die Kuhwöms. Oh shit. Wir müssten die Sachen tatsächlich mal ein bisschen sinnvoller einsetzen, die uns die Map uns zur Verfügung stellt. Ja, aber das Blöde ist, die, die braucht halt ein bisschen, ne? Ah, hier. Ja, aber die, wir brauchen die auch nicht stechen. Die kommt klar, ja. Das ist ja der Trick, eine Sache. Jetzt hat mich die Barrikade aufgehalten, das sollte ja nicht passieren. Tschüss. So. Oh, schön. Ach, geil. Oh nein, 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 nein. Oh nein, nein, nein. Jetzt stürzen, glaube ich, jetzt. Wir rennen gerade eine durch zum Main-Core. Was? Ich habe ihn getöptet. Oh, schön. Du verrücktes Huhn. Hafe fein gemacht. Danke. Sehr gute Arbeit, Basti, sehr gute Arbeit. Ich habe gerade meine Lane verlassen, das ist schlecht. Das ist sehr schlechte Arbeit. Was machst du denn hier bei mir? Sehr schlechte Arbeit. Ja, ich wollte klauen. Eigentlich. Wenn ich ehrlich bin, dann wollte ich klauen. Komm gleich auch mal vorbei. Ja, mach das. Äh, ich übernehme die an der Barrikade ran. Oder du schießt einfach deinen Phönix dahin. Ja, mach ich dir auch. Oh. Da phön ich nix. Oh. Bitte? Also ich habe... Ist der kaputt? Oh nein. Jetzt hast du meine Kristalle geklaut. Ich war überhaupt nicht bei dir. Weil du geholfen hast. Weil du geholfen hast. Du Sackgesicht. Echt mal? Alter. Diese Ancient Statue, ich muss nix anderes mehr machen. Ist die jetzt nur bei dir oder was? Weiß ich nicht. Ja. Das ist mega easy. Also... Willst du dann vielleicht mal hier beim... Vielleicht... Wie? Was? Wie? Ich soll da was machen oder was? Nee, nee. Aber Basti könnte dann vielleicht... Ich kann jederzeit dann jetzt, glaube ich, bei dir vorbeikommen. So ein Statue bedienen, das kann ich auch. Kann ja wohl jeder. Das glaube ich nicht. Du bist Physiker. Ja, dann mach doch. Wie? Du willst jetzt hierhin, Fred? Wollen wir tauschen? Wollen wir tauschen? Willst du? Hast du keinen Bock mehr oder was? Wie? Ich habe gedacht, das wolltest du mir damit sagen. Das war so ein Vorschlag. Könnten wir machen, wenn du willst. Also ich habe gehört, Basti stimmt den ganzen zu. Äh... Hast du jetzt irgendwo Blitzdinger hingestellt hier? Nö, noch nicht. Soll ich? Boah, weiß ich nicht. Also nicht noch mehr. Ich würde halt so die Verstärkungstürme noch auf... Hier die... Ne? Die würde ich aufbauen. Die Auren. Dass die eben noch mehr verstärken. Das wäre sinnvoller als die Blitzdinger, glaube ich. Boah, das war falsch. Äh, weiß ich nicht. Ich würde halt... Ich stelle hier mal so ein bisschen Wasser hin, dass die alle hier aufgehalten werden zwischendurch. Warte mal kurz noch, bevor du das machst, weil ich habe das Gefühl, das... Habe ich aber schon. Habe ich aber schon. Oh, die wollte ich gerade upgraden. Ja. Habe ich mir halt Münzen gespart, ist auch gut. Ich meine, Mana. Kannst du, Franz? Achso. Ne, ansonsten wäre meine Idee gewesen, dass du es hier hinstellst, weil hier oben stehen noch zwei, da würdest du mit vier erwischen. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Das machen wir. Low Level. Jetzt hast du die gerade weggemacht? Ne. So, wir haben noch 140 Einheiten. Wo geht denn noch? Hier ist... Ja, wir müssen ein bisschen schauen. Ja, vielleicht hier drüben bei Rahm. Aber ich glaube... Ja, hier habe ich aufgestellt. Ne, also ich bin... Ich würde sagen, ich bin durch. Ich kann noch eine Sache hier mal upgraden oder so. Ja. Ich würde dann einfach immer zu dir runterkommen, wenn bei mir Leerlauf ist. Dann helfe ich aus. Das ist super. Was denn? Rahm, kannst du hier meine Blitz-Aura upgraden? Ich habe gerade die Barrikade upgraden. Achso. Hast du vielleicht noch 15 Mana? Ich habe gar nichts mehr. Ich habe 15. Ich habe genau 15 Mana. Der ist abgefahren. Fred, komm, wir treffen uns hier. Aber die Ancient Steffschen... Ne, lass uns lieber hier treffen. Die kann man... Die sind überall benutzbar, ne? Danke. Ja. Flap. Das ist ja schön. Sehr gut. Dann sind nämlich jetzt hier die beiden Lanes abgedeckt. Gedeckt. Und dann geht alles... Du meinst Apfelkuchen? Gedeckte Apfelkuchen? Ich mag Apfelkuchen nicht so sehr. Ich finde ihn super. Oh, mit Zimt. Wenn er noch warm ist, so ein bisschen. Das ist... Nix besseres. Warum? Ja. Außer vielleicht, wenn man noch mehr Apfelkuchen hat. Das ist super. Du bist scheiße. Aber alles andere ist super. Oh, da kommt ein Flugvieh. Stirb, du scheiß Drache, du. Hey, denk an seine Gefühle. Oh nein. Hups. Ähm, Rahmen. Bitte mal kurz umdrehen. Und die Flugviecher töten. Äh, Flugviecher. Im Süden. Und links. Wie du dich da durchmetzelst, Basti. Ich kann dich sogar von dir aus treffen. Ich bin da. Ich bin da. Alles klar. Ich bin ein richtiger Metzler, ja. Bitte. Bitte. Danke. Das ist so gut. Ist aber fies hier. Äh, da oben ist hoffentlich... Hast du's hoffentlich? Wenn hoffen kannst, meinst du mich? Oh doch, das geht. Ja, doch. Alles gut bei mir jetzt hier. Oh, Basti, ich liebe dich jetzt. Okay. Das finde ich gut. Du bist hier... Jetzt sofort? Soll ich die Hose runterziehen, oder? Ja. Jetzt übertrefft er aber. Wieso? Du hast sie ja... Du hast sie ja schon extra so hochgezogen, ne? Jetzt sind die Hosenträger. Immer. Die Achseln sollen ja auch warm werden. Wupp. So. Hast du das gut? Einheiten haben wir nicht mehr wirklich viel frei, ne? Von daher... Nee. Lieber aufwerten mal. Boah, ist das gut, Basti, wenn du hier vorbeiläufst. Was machst du denn für'n Bums, bitte? Es ist immer gut, wenn er vorbeiläuft. Ich guck einfach mal vorbei, hallo. Dem bleiben soll er nicht. Ja. Aber vorbeilaufen ist alles gut. Hahaha. So, wir haben da noch irgendwo... Nee, das war jetzt gemein. Ja, tut mir leid, Basti. Ich hab dich lieb. Kannst... Bei mir kannst du stehen bleiben. Guck mal, ich komm auch mal bei dir vorbei. Ja, weil's gut wollen, ne? Weil ich stillsteine, der gar nicht so gut sein soll. Nee, Fred, guck mal. Nein, Fred! Oh, was machst du denn, Alter? So. Äh, hab dir... Kämpft ihr noch? Oh ja, hier ist Action, Action. Oh, die Falle ist aber mal schwach. Ach, das Buch. Ja. So. So. Das war's. Meine Freunde, das äh... So, das ging aber deutlich besser, als das vorhin mal ging, oder? Oh ja. Oh ja, und das ist... Basti, du musst immer vorbeikommen jetzt. Das ist super. Uh. Uh. So, was haben wir hier so? Ähm. Iiii... Ich kann so viele Sachen nicht benutzen hier, die man hier findet. Das ist... Ja, das stimmt. Das ist... Jemein. Jemein ist das. Jemein. Oh. Hä? Kiste? Da. Ach Gott. Hat jemand Probleme gehabt gerade mal? Nö. Nee, ich bin nur doof gestorben, sonst ist das alles gut gewesen. Ja. Übliche. Ein doof sterben ist ja... Das kann man ja machen. Die hab ich geupgradet, ne? Die mach ich auch mal. So. Abgefahren. Nee, abgegradet. Abgefahren. Achso. Ich dachte, du bist da richtig rumgegorkt mit deiner... Ähm... Gurke. So wollte ich's nicht nennen, aber... Bist rumgegorkt mit deiner Möhre, ja. Ah, liegt hier noch... Ach, ist doch auch egal. Das ist schön, dass man die halb kaputten Sachen an dem besonderen Glanz erkennen kann. Ja. Dass man da mal probieren muss. Wenn die Magie auszutreten scheint. Ja. Das ist gut. Ey, lass auch gleich mal meine Magie austreten, ey. Ja, aber das leuchtet nicht. Wenn du nicht vorbeikommst. Das leuchtet nicht los. Wenn du wüsstest, ey. Schwarzlicht tut einiges. Ach, Leute, ey. Da haben Menschen auf einmal Schnurrbärte, von denen sie gar nichts wussten. Hahahaha. 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 Also bei mir kommen erstmal die Viecher hier zeitversetzt. Ich kann ganz hoch... Alter, die sehen jetzt noch krasser aus, die Dinos, wa? Die haben so, so Hörner und so, ne? Ja. Ja, ja. Ja, deswegen dachte ich ja, dass das ein Boss wäre vorhin, aber der war einfach nur scheiße stark. Fucking kack, Dino. Der Vorteil meiner Primärfähigkeit hier, meiner Primär-Special-Fähigkeit, ist ja, dass die erstmal gestunnt werden. Das ist echt angenehm. Das ist verrückt. Und dann natürlich Flächenschaden und alles und Weltherrschaft. Das ist der Vorteil meiner Primärfähigkeit, Weltherrschaft unter anderem. Und der Hunger wird gestillt. Oh, cool. Einer oder der Welt? Nee, meiner wäre ein bisschen schöner. Oh, ich sehe gar nichts mehr. Oh, Level 13. Oh, tot. Nein. Ich bin aufgestiegen. Mit Glückwunsch. Ja, nimm das. Sehr gut. Kommt nichts mehr durch, dadurch, dass die Fallen hier so aufgewertet sind. Meine Fallen? Ignoriert den Attack, Mencore, Dings. Mencore? Nichts. Ist ein Dive-Bomber. Der ist aber ohne zu Bomben gedivet. Ja, aber die zersprengen sich ja komplett. Die sind ja kein Problem mehr. Das ist ja nur so eine Einmalzündung. Ja, die machen aber mega, die machen aber mega viel Schaden. Ja, ich weiß. Die dürfen halt eigentlich nicht durchkommen hier. Ich muss jetzt mal sagen, dass die Welle ziemlich einfach war bisher. Das ging, ja. Also, obwohl ich Panik hatte, aber weil ich ein Mädchen bin, habe ich immer Panik. Ja, weil du ein Mädchen bist. Da fuhr gerade irgendwo ein Wägelchen vorbei. Bei mir. Achso. Was ist denn hier los? Bei Fred geht hier wieder Action. Oh, geil. Bei Fred geht die Luzi. Auf jeden Fall. Hier ist aber richtig was los immer. Hier, guck mal. Die Falle ist gleich weg. Oh. Jetzt. Oh, die ist auch fast weg. Jetzt grade ich schon auf fremden Lanes ab. Das geht ja mal gar nicht. Weil bei mir ist auch alles eigentlich gut hier, muss ich ja mal feststellen. Bei der Turm nicht. So, jetzt ist alles gut. Ram, du darfst nicht vergessen, die Finger zu kreuzen, dann bist du geimpft, falls du auf fremden Lanes unterwegs bist. Ja. Ich habe da meine eigene Technik. Kann jemand diesen Turm hier reparieren? Reparieren. Der hat nämlich nur noch 64 Leben. What term? Der kommt ja drauf an von diesem hier. der noch Leben hat. Achso, ich habe noch 14 Mana. Von 1900. So, ne, das ist wenig. Es ist schön, dass du weißt, dass wenig von viel wenig ist. Hier, genau den. Hier, Rahmen. Was? Äh. Hat sich erledigt. Ja, aber da war noch ein anderer, der halb kaputt war. Ja, hier ist noch einer ein bisschen kaputt, aber der ist nicht ganz so kaputt wie der Feuerballturm. Oh. Die sind super. Ich finde das, erst der. Das ist super. Ja, okay, der ist super. Schwupps. Wipps. Schwupps. Schwupps. Schwapps. Schnaps. Ja, das wäre jetzt was. Trink dir nicht die ganze Zeit? Immer wenn ich einen Mob töte, trinke ich einen. Genau. Ja, so. Und wenn deine Türme einen töten, dann auch. Genau. Also, Hauptsache irgendwas stirbt. Das erklärt natürlich einiges. Hallo. Bei jedem Schadenspunkt, den die Mobs kriegen, kriegst du einen Schluck. Ja. Als ausgleichende Gerechtigkeit. Bei den Runden vorhin habe ich immer einen getrunken, wenn ich gestorben bin. Deswegen bin ich immer in das Wasser übersprungen. Och, Basti, warum machst du so viel Schaden? Das ist voll gemein. Ich mache nicht halb so viel Schaden. Jammerst du jetzt, weil du schwächer bist? Ja. In der Schule war das nicht gut, wenn du jammerst. Vor allen Dingen, wenn du schwächer warst. Jammern ist voll uncool. Level 13. Flugviecher bei Fred. Flugviecher bei Fred. Flugviecher bei mir? Fred, geh du auf die Flugviecher. Was? Flugviecher? Okay. Oh, was ist das? Jetzt war ich hier auch mal zwölf so ein Wirbelwind rein, Knoppe. Setzt da mal was zu. Nimm das so kranklich? Oh, nur fast tot, alter. Das ist die Dynamik. Oh, ich habe vielleicht keine Ecke. Nein, ich bin tot. Das ist aber kein Problem, bei mir kommt eh nichts durch. Weil ich cool bin. Oh, ich wollte einfach alles zu viel Schaden machen. Fäußendorf Tower. Nice. Haha. Ja, ich glaube, ich habe... Ich glaube, die Lane hier ist, wenn wir die Letzte geben sollen. Was, die Lane? Das ist ja schon die Letzte. Boah. Hallo, die Lane. Die hätten wir Fred geben sollen, meine Lane. Warum? Weil hier gar nichts geht. Was soll das denn jetzt heißen? Nichts nicht. Da ist noch einer. Habt euch mal lieb da hinten. Das geht doch nicht. Ui. Ui. Doch, das ging jetzt echt gut hier, die Sache. Ui. Oh, hier ist ja das Buch. Wie das Buch? Boah. Bastis Liebe. Oh, hier ist ja noch ein Buch. Oh, mein Lieber zerstört mich. Ich bin tot. Warum bist du jetzt tot? Also jetzt ist ja wohl wirklich nicht der richtige Zeitpunkt zu werden. Echt mal. Bitterweise zimperlich, was Heilung angeht irgendwie. Das dauert viel zu lange, wenn man sich heilt. Viel zu lange. Ja, du kannst doch nicht einfach sterben. Da, da, da. Da, da, da. Eine Kiste. Wir sind super. Ganz ehrlich, das lief 1a. Ja. Das war einfach so gut. Das war, als würde man in eine Anleitung schauen. So gut war das. Oh, Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Schweinchen. Schwein. Das ist richtig viel Kohle, was man da kriegt. Ja, ich weiß nicht. Ich sehe das nie. Boah, hier kommen die Pärten. Blöde Schuhe kriegt niemand vor. Das ist schon ganz ordentlich, ja. Also gewinnen hilft. Wir haben hier noch so viele Items. Das ist schon ganz ordentlich, ja. Was wäre das denn jetzt? Das war so ein, okay, ja, das ist schon ganz ordentlich, okay. Damit du es weißt. Du musst jetzt gar nicht einen auf. Items. Ja. Du kannst fehlen noch Items. Das war einfach, das ist eine gute Map. Ich finde die Map auch schön, weil wenn man hoch sieht an die Berge im Norden, dann sieht man eben, dass es so ein Sonnenuntergang ist. Ah, oh. Ja, das ist doch schön. Und man hat ja hier diesen mega super awesome Strahl. Gami ist nicht der Romantiker. Nee, nee, das ist... Das ist doch schön. Ja, was soll ich dazu sagen jetzt? Ich habe das eben schon mal gesehen gehabt. Schau dir diesen Sonnenuntergang an. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Der einzige Schatz hier ist in meiner Hose. Nee, Moment. Wir haben das Türmler direkt so versorgt werden. Nee, ich meine, das war voll rammontisch. Ich meine das ganze Gold, was hier in meiner Hose in der Tasche ist. Sonst so nix. Oh, äh, geh. Nee, ist jetzt auch egal. Geh. Geh. Oh, voll. Wow. Zwei Sekunden abgebrochen. Sehr gut. Sehr gut gemacht, Jungs. Wir waren okay. Das war super. So, jetzt kriegt Franz auch einen Stern. Ich kann mir keinen Stern geben. Ich gebe Basti einen Stern, weil er das so ungerotzt hat. Und inklusive mir selbst. Ja, ist nicht so schlimm. Ich habe Basti den Stern weitergereicht. Oh, das ist aber nett. Also die Player-Stats sind ja mal komplett kaputt. Jupp. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.